so mega laut ist minecraft bei mir übrigens auch in meinem kopf so moment den sound leise mega laut mega laut so musik was bauen die so jetzt bin ich auf multi multiplayer und was muss ich dann microsoft server okay dann habe ich die ip nicht local network server ach so ja jetzt werde ich schon hier bestimmt aber jetzt werde ich schon eines besseren bei dem chat von zander ich soll bitte wieder zurück über den stream gehen und nicht da herumgucken entschuldigung wo guckst du denn nach bei zander rum oder was ganz kurz mal im chat was geschrieben hallo stelle teilen auch ein sehr geiler namen die ständerte im geil ach guck mal reifung hat tv community server läuft sehr geil joint server direct connect was macht man denn da weil ich den creeper hier mal kurz vor winter muss wir exportieren lassen du klickst einfach auf den server und machst dann schon selber aber vorher musste ich noch kurz auf die whitelist setzen flash whitelist leerzeichen app leerzeichen ihr name weit ist und dann was bitte add ach so ok wie heißen sie bitte frau weiß ich nicht warte mal muss ich noch mal kurz gucken wo sich denn das single player ich glaube if lp halt ne aber ich glaube if und also if unterstrich lp ist das case sensitive ja ich habe es aber probieren sie bitte mal zu connecten ok joint server failed liste also alles nimmt das mal ich habe den genauen haben nämlich hier in der konsole und wie heißt sie jetzt wie warst du ohne unterstrich ich bin dann k.o.de das gibt es gar nicht dankeschön danke ich würde ich gerne noch da unten in den channel verschieben weil hier auch in der zeit könnte jeder rein ja und noch eine sagt dass sie zu uns rufen dass sie hier bei uns ist oder tp kann ich sie selbst teleportieren und man muss auch noch mal sagen und zwar tp was ist das ist ja aus dem himmel wie geil war das denn das oh boah nein und hier sind überall viecher nein nein sie töten mich und ich habe keine waffe die 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 Hallo, du hast die gleiche Frisur wie ich, voll geil. So, ich werde jetzt auch gleich aus diesem Game-Mode rausgehen, aber hier ist ja ultra die Hölle los. Ich würde euch echt raten, um unten zu bleiben. Oh, danke, danke. Jetzt ist ja nicht da, ey. Ich bin da. Ah, doch, wie kann ich denn wieder Tag machen? Äh, Slash-Time-Set-Day. Einmal mit Profis. Ja, wie gesagt, ich kenne mich null aus mit dem ganzen Format. Aber jetzt bin ich auszuhalten mit dem ganzen Mob hier. Die drehen ja durch. Ja, vor allem der Sound auch. Ich habe voll Angst, ey. Wo ich diesen Zombie-Sound finde, ich richtig genial, ne? Hi, Ralf. Was hast denn du an? Ich bin ein Star-Trooper. Ach, du bist ein Trooper. Und wer ist Arisha? Äh, Wintermond. Ah. Du hast so eine schöne Frisur, Wintermond. Ehrlich, muss ich sagen. Bei welchem Friseur bist denn du? Die Farbe auch. Ist das Ombre? So, ich Wintermond mal mit hier reinholen. Ja, wie ist denn das? Wie zocken wir denn? Wie ist denn der Modus? Ja, war ja ganz normal. Du musst abbauen und bauen. Achso, abbauen. Ich dachte, wie kann er auch hier? Und für Grenzressourcen. Ja, willst du das bauen? Nein, nein. Oh, shit. Boah, das ist so ein Slenderman. Nicht so ein Slenderman, so ein Enderman. Ralf, was machst denn du? Wie kann man denn nochmal fliegen? Hier ist heute Party. Gar nicht. Du bist kein Mod. Kein Mod, sag ich schon, kein Admin. Aber ich könnte dich auch zum Admin machen. Ich weiß nicht, wie das geht. Flash-OP, ihr Name. Okay. Nee, lieber nicht. Hier sind wir ja alle. Komm, das können wir schon. Ja, auch noch finden. Wollen wir was Cooles bauen? Ja, bitte. Also wollen wir Game Mode 1 bauen oder wollen wir richtig abbauen und bauen? Keine Ahnung. Ich bin, ich bin, ich bin keine Ahnung. Ich bin Minecraft Noob. Dann baue ich meine Hütte neben Wintermoons Hütte und das ist noch im normalen Modus. Warum hast du, warum machst du nur so Sachen, wenn du über den Boden läufst? Ach nee, nicht mehr. Was mache ich denn für Sachen? Doch, du verlierst zu Boden. Nein, nein, ich habe sowieso. Das ist Optifine. Was ist das? Optifine. Das ist ein Shader-Mod. Ich habe so, wie soll ich sagen, so Staub, den ich aufholen muss. Ach, Optifine. Das ist doch dieser Super-Shader, oder? Ja, das ist so ein Shader-Mod. Aber geht es für 1,8? Ja, das wäre ganz gut. Okay. Alter, das ist so unglaublich hier. Ich brauche ein Schwert. Ich bin gleich tot. Ich habe ein Schwert. Wintermoons Hütte mir ein Schwert gegeben. Alles klar. Ja, dann wollen wir was abbauen. Das ist vielleicht auch ganz gut, weil es hilft mir in meinem Survival-Mode vielleicht, dass ich ein bisschen was lerne noch. Survival-Mode? Wie meinst du das? Ich habe ja ein bisschen Survival-Mode aufgenommen und gespielt, aber ich kenne mich halt so null aus, wo ich welche Ressourcen finde und so, und wo ich dann suchen muss und buddle mich halt irgendwo einfach in den Stein rein. Alles klar. Deswegen könnte ich ein bisschen Technical Advices brauchen. 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich gehe mal hier ein bisschen... Ich mache mir mal alles selber. Aber warte mal, ich habe eine Axt. Ne, ich baue es mir selber. Ich mache es mir selber jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Okay. Haben wir schon Werkzeug irgendwie aus Holz? Ne, noch gar nichts. Ich habe nur bis jetzt, ich habe jetzt nur eine Hütte, dass ich hier bei Nacht wenigstens was verschlafen habe. Okay. Ein Dach wäre halt auch ganz schön geil, ne? Ja, aber auch so, wenn wir jetzt mal drei hoch, muss ich glaube ich sein, oder zwei hoch, dann funktioniert das. Das reicht schon. Okay. Ich hole mal hier ein bisschen Holz. Mit dem schönen Steinschwert. Und dann können wir uns schon mal ein bisschen eine Axt und so eine Spitzhacke bauen. Soll ich dann immer zwei Paar machen für dich und für mich? Ja, wäre super. Weißt ja, wir brauchen eine. Wir haben auch hier gleich eine Höhle neben uns. Ah, okay. So dungeonmäßig, oder was? Ja, also so ein Riesenloch halt. Siehst du einfach gleich. Warum baust du jetzt hier ein Haus? Für uns? Ja, wir bauen, ich würde sagen, jeder baut sich ein Haus, oder? Mit einem eigenen Bett. Na toll, na dann. Okay, ich hätte jetzt einen auf WG gemacht, aber gut. Ja, ist der Platz für uns beide, für zwei so große Egos. In einem Raum? Ich kann mich ganz klein machen und mich... Äh, wer hat das Schwert? Wer hat das Schwert? Ja, du. Du kannst mich mit, was willst du mich denn hauen? Mit so einem Setzling? Na gut, dann baue ich halt mein eigenes Haus, war mir scheißegal, seit... Hier, komm, komm, hier. Totentenfutter. Was? Totentenfutter habe ich gesagt. Ne, dann baue ich mal, Mann. Wir bauen hier so ein kleines, so eine Siedlung auf, oder? Ja, also ich baue jetzt so auch so ein Starthütchen, wie Steffi, damit wir einfach hier ein bisschen symmetrisch rankommen. Na gut, dann mache ich auch sowas. Ich bin nämlich ein Mitläufer. Ne, ich mache mal eins mal wie anders hier. Ich baue erstmal dorthin. So, sieht ein bisschen anders aus. Ja, ich baue nachher auch, ich würde auch vielleicht Steinen nachher irgendwo... Achso. Was macht denn... Der Rot futtert sich gerade einen rein hier. Wie viel Platz ist dazwischen? Achso, eins. Okay, gut. So. Ja, direkt schon mal gefehlt. Ich bin ja noch neu in der ganzen Thematik. Das ist voll leise bei mir. Wie viel breit ist das? Eins, drei, vier, fünf. Eins, drei, vier, fünf. Dann muss ich hier mit Dirt holen. Aber warte. Baue ich gleich hin. Oh, danke, ne Tür. Oh nice, wir haben auch ne Tür bekommen. Was habe ich nie für den Scheiß gebaut wieder? Boah, ich sterbe gleich. Doch, das ist für... Warum? Weil ich kein Essen mehr habe. Ich habe auch nichts. Das ist doch jetzt vier breit, ne? Ich vollhorst. Oh man, wie kann man sich anstellen? Ja, ich übe noch. Hi, Ali, der Babo. Bist du so konzentriert und so ruhig, Ralf? Das ist ja... Ah, geil, ich habe was lassen bekommen. Danke, Steffi. Ja, ich muss erst mal hier die... Erstmal klarkommen mit meinem Bett. Mir fehlt noch Wolle fürs Bett. Brauchst du ja nur Wolle, ne? Mhm. Haben Sie... Haben Sie etwas Wolle, Frau Nachbarn? Frau Nachbarn, okay. Okay. Da sind... Ähm... Vielleicht das... Kein Traum. Schweinefleisch! Tada! Kleines Träumchen! Oh, ich wollte nur noch ein Bett. Ich baue drei Wolle, Ich Idiot. Oh, ich weiß, frag mich sowas nicht. Also, mich sowieso nicht. Ich muss immer noch alles nachgucken im Wiki, im Minecraft-Wiki. Wintermund überprüft schon die Statik. Ja, mhm, okay, ausnahmsweise. Oh, hier liegt ein Apfel. Brauchst du einen Apfel, Ralf? Nee, danke, ich habe schon, wie gesagt, das Fleisch schon von Steffi bekommen. Okay. Wobei, warte, wir sehen jetzt ja im TS mit ihr, die kann ja eigentlich auch hier reinkommen, ist ja völlig bescheuert, oder? Ja, ich habe mich eh schon gewundert, ich wollte jetzt nichts sagen, weil ich habe keine Ahnung, ihr macht dann schon euren Plan. Steffi kann ja einfach runter, oder? Ja. Okay, super, also Steffi will die Bonkast. Also ich würde mal die Plätze mit ihr tauschen, aber ein Bett machst du, drei Holz unten, drei Wolle oben drauf. Genau, aber ich glaube, Steffi kann ja auch die ganzen Rezepte, die sieht ja richtig gut aus. Genau, ich schätze mal runter. Viel Spaß. Alles klar, danke schön, danke schön, ciao. Bäm, bäm, bäm. Da wir beide die totalen Profis sind, oder? Wo, Ralf, du bist ja mittlerweile schon. Ja, gucken bin ich gut, aber wenn ich selber spielen, es geht. Gucken? Okay. Ah, scheiße. Ey, meine Schafe nicht schwimmen hier. Hallo. Hi. Oh, ich bin ein Creeper. Ich baue hier meine Kackbude hin, als Provisorium für uns drei, und was macht ihr? Baut einfach auch Kackbude daneben. Ja, ich wollte, ich hab, du, ich hab genau das gedacht, ich hab gedacht, wir hocken uns halt alle gemütlich, kuscheln wir uns in ein solches Bude rein, aber der Ralf muss natürlich wieder, ich will meine eigene Wohnung haben. Mann, ey, Leute, seht ihr, wie ich schon anfängt? Nein, die sagt, die Wolle weggeschmissen, die Idioten. Oh, ich feiere das, sehr schön. So. Kann man nicht hier, ah ne, warte mal, guck mal, Ralf, als Mann, hier, wo bist du, hab ich was für dich? Ja, ich bin weg, warte kurz, warte kurz. War wohl zu viel Frauenpower für ihn. Na ja, Frauenpower. Ey. Oh, dünnes Eis, mein Freund. Ich hab so was gar nicht angefangen zu sagen, du hast es gerade gesagt, dann muss ich mir da recht weg, auf irgendwelche Sachen, da, wo ich gar nichts kann. Ja, und, wie ist die Statik? Würdest du es so abnehmen? Ey. Das ist schön, wenn ich dagegen laufe, ist okay. Was? So, guck mal hier. Oh, man, das ist doch so gemütlich, ey. Ich raste aus. So, ich muss ganz schnell hier. Ey, was? Oh, danke schön. Ralf wird es wieder gut machen. Aber jetzt mach ich, wo das ist. Ich hab aber, ein bisschen verwachsen. Ach, warte mal, ich will mal jetzt erstmal kurz, das ist ja hier scheiße. Jetzt machen wir erstmal, ach, Stöcke, ne, Moment, Stöcke, ding, 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 Boah, wie ich mich schon auskennen, Leute, krass. so machen wir mal Spitzhacke, mach ich mal zwei, Ralf, du brauchst auch eine Spitzhacke, noch eine Holz, ne, Spitzhacke. Logo. Ralf, brauchst du Kohle? Ja, bitte in den Ofen packen, wäre super. Oh, scheiße, hab ich nicht mehr, was, hab ich nicht mehr genug? Für A2, Dinger kann ich, kann ich nicht mehr machen. Du hast keinen Ofen. Wie kann ich denn, oh, hoppla. Brauchst du Steine, damit du dir einen Umbau? Zander möchte mit dir streamen, möchte mit dir was spielen, die hat man nur nicht in Skype geschrieben. Komm, wie droppe ich denn das? Ach so, Entschuldigung, Warte. Ach so, Patti, schreib dir nochmal zurück, gerne jederzeit, so, wir sind auf jeden Fall bereit, hier, 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 die war für mich? Mhm. Dankeschön. Axt konnte ich jetzt nicht noch bauen, hatte ich nicht mehr genug. Ich geh mal, wir müssen mal Stein holen, oder? Ich werde jetzt noch nicht gehen, weil es wird ein bisschen dunkel. Ja, oh, da ist schon ein... Was ist das? Stein? Ich muss uns retten. Ach so, ich habe gar keinen Ofen, Idiot. Ich sage, legst du den Ofen. sauber. Da baue ich nämlich jetzt einen Ofen raus. Ja, wir könnten zur Not meinen nehmen, dann packe ich da jetzt mal. Ja, aber ich muss, ich habe da Fleisch, glaube ich, bei dir rein in deinen Ofen schon. Das hatte ich gerade verteilt, die vier und die vier. Ich habe jetzt auch mir einen Ofen gebaut, danke übrigens für den Ofen. Und da packe ich jetzt, ich habe ja gar keine Kohle, aber ich kann mal... Boah, Fräulein. Hörst du auf? Oh, das ist schön, ja. Ich gehe mir jetzt, oh, gehe ich mir Stein holen, oder traue ich mich das nicht? Brauchst du noch mehr? Ich habe noch sieben. Was denn? Stein? Stein, ja, ja. Oh, ich... Oh, ich habe auch eine Lampe an meinem Dings. Was ist denn jetzt mit Zander? Zockt, was will denn der zocken? Oh, weiß nicht, die haben nur geschrieben, dass er irgendwas zocken will. Später. Hey, Christian. Kannst du auch mit Minecraft spielen? Ich kann es gerne mit auf dem Server kommen. Bis es nur white ist, das müssen wir vor deinen Minecraft Namen sagen. Sauber. Und auf dem TS kannst du auch gerne kommen. Was leuchtet denn da hinten? Ich glaube, ich gehe mal... Lieber nicht. Wartet mal, geht ihr beide mal ins Bett? Ich gehe so lange raus. Hab kein Bett. Dann kann man nämlich Tag machen. Also bei mir ist ein Bett, und in der Mitte war ein Bett. Dann sagt er Bescheid, wenn wieder Tag ist, dann locke ich wieder ein. Wir bauen Vanille-Minecraft, ähm, Christian. Ach so, da ist dein Bett, Entschuldigung. Wenn du Bock hast, kannst du mit drauf kommen auf dem Server. Auf dem TS habe ich dir gerade einen Skype geschickt, und ähm, Whitelist auf dem Server muss mir kurz Bescheid geben, wie du heißt, man. Komm, du kannst es an mir zocken. Also, Runde Pufen? Ja, Creeper! Nose. Warum ist noch so ein Loch in der Hütte? Ich komme mal wieder drauf. Ich wollte noch gerade schlafen, Ralf, dass es wieder Tag wird. Ziffix. Also, was machst du unten das Holz hin, Ralf? Hör mal auf, das Licht zu hängen. Okay, ich schlaf einfach hier, was soll's. Boah! Er hat die Hütte hier zerstört. Was machst du, Ralf? Ich habe die Tür. Geh rein. Geh schon lang raus. So. Ralf, ey, du bist mehr einer, ey. You are me but one. Schlafen. Was dauert es so lange da drüben? Soll ich doch mal einklopfen, oder? Was ist denn da drüben los? Ich schlaf noch. Sind sie im Bett? Ja, sehr gut. Okay, und hier? Da haben wir. Ah, da fehlt noch jemand. Einer. Das ist jetzt alle im Einbett, oder was? Nein. Oh nein, ich kann mich nicht wehren. Hau ab. Ralf. Ja, ich muss ja mal ein paar Blöcke über dich bauen. hier. Was ist passiert? Oh, Ralf, ich bewege mich. Was machst du? Ich gehe jetzt aus dem Bett raus. Das wird mir jetzt zu creepy hier. Wo ist eigentlich die Steffi? Warum ist sie nicht in dem Bettchen? Die Steffi wollte auslocken und wieder einloggen, wenn es Tag wird. Ach so. Ich habe, das ist mir zu creepy hier, ey. Hallo, ich gehe kaputt. Was ist denn los? Ich will ja nur schlafen. Was macht ihr denn im Bett? Ich bring mich noch um. Mein Herz. Fängt dran. Ich bin voll alt. Das ist alles voller Creeper. Was ist denn jetzt? Achtung, hinter dir, Spinne. Muss man bitte irgendwie schlafen gehen oder so? Ich wollte ja vorhin. Wir wollten gerade, aber dann würdest du ja lieber EVE verschleiden. Jetzt wollen wir nicht mehr. Also, bitte. Buh. Ich muss das Bett wieder freiklopfen, weil hier, Ah. Hey. Wir haben gerade geschlafen. Oder auch so. Das habt ihr jetzt nicht gesehen im Stream? Was? Das haben die jetzt nicht gesehen, dass Ralf hier gecheatet hat, ne? Na Ralf, ey. Wahnsinn. Ja, jetzt machen wir mal, ähm, wie mache ich denn das mal? Warte mal. Ich baue auf jeden Fall jetzt nur Steine. Ja, Steine wären cool. Aber ich baue mir jetzt erst mal hier so ein, also ich möchte ja keinen Besuch von oben hier kriegen. Ah, jetzt. Na ja. Und unten? Sorry, Leute, nur, nur, ich sage da, wir können nur Leute mit Spinnen, die wir kennen. Also die, die wir kennen sind, kommen Sie an. Ich kenne dich nicht, Ralf. Geh weg. Ja. Geht nicht ums Leiden können, es geht auch nur um. Oh, Mann, ich bin hier, ja, scheuen. Ähm, ruhig mir ein bisschen Dirt hier. Mit was baut man denn Dirt am besten ab? Schaufel. Echt? Echt. Oh ne Scheiß. Na gut. Oh ne Scheiß. Ich habe mir keine Schaufel gebaut, egal. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, super. Und ihr so, was macht ihr? Ich versuchte es doch zu stoppen. Das ist auch sehr geil. Ja, also, du hast mich gefragt, was Antworten bekommen. Verdammte Scheiße. Das ist Minecraft. Wir spielen einfach noch Minecraft. Ach, schön. Ich habe noch nie Minecraft gespielt, wirklich. Da müssen Löcher auch mal gestoppt werden. Ja, mit einer Schaufel, ich weiß jetzt auch. Löcher mit einer Schaufel stoppen. Alles klar. So, so, so. Pass mal auf. Jetzt mein Haus steht. Ich brauche, ich gehe jetzt los, Kohle holen und Stein holen. Aber wohin? Also, Steffi ist schon da unten in der Grube, so wie es aussieht, oder? Ach, guck mal, wir können noch Sand holen, da kann ich schon Glas machen. Aber ich habe mir keine Schaufel gemacht. Egal. Ich mache schon mal Fenster. First things first. Einer muss sich um die Deko kümmern. Genau. Deko? Fenster sind doch essentiell. Alle streiten will. Schaufel, Schaufel. Ja, aber es geht doch auch mit einer Spitzhacke. Das tut weh. Das tut für einen Minecraft-Spieler weh, wenn du mit einer Schaufel direkt aufraust. Äh, mit einer Spitzhacke. Ehrlich? Ja. Okay. Das geht doch wirklich schneller mit der Schaufel, von daher. Warum ist meine Tür falsch rum eingesetzt? Muss ich nochmal rausmachen. Muss ich von innen einsetzen, glaube ich. Ach, ich bin so uncoordinate-liniert. Ähm, oder?